Hallo ihr Lieben! Ich war heute im Action einkaufen und habe gedacht, ich lasse euch daran teilhaben, was ich alles geshoppt habe. Die meisten Sachen kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Action Hauls, aber ich will es euch trotzdem zeigen, weil ich euch eben zeigen will. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Ich habe überall die Preise drauf geschrieben. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar habe ich euch ja im letzten Video erzählt, dass mein Arm hier, mein Gestell, mein Filmgestell weggekommen ist beim Umzug anscheinend, mit verschüttet gegangen oder es liegt noch irgendwo in einem Karton, der noch nicht ausgepackt ist. Jetzt habe ich mir den neuen gekauft, also einen neuen gekauft. Den hier hat gekostet 3,92 Euro. Ist nur noch die leere Hülle, weil ich den ja jetzt logischerweise schon zum Filmen benutze. Ja, ganz cool. Ich lege das jetzt ein bisschen so... genau. Richtig. Dann habe ich mir mitgenommen, zweimal Tischläufer. Table Runner. Das sind Ostermotive. Da kann man sehen, was es für ein Motiv ist ungefähr. Ganz süß. Haben gekostet. 1,89 Euro. Ist jetzt nicht allergünstigst. Und hier nochmal mit so süßen, kleinen, wie heißen, hier Küken. Seht ihr das? Warum fokussierst du nicht? Bitte fokussiere. Ja, ist ja wurscht. Das seht ihr. Also es sind wohl drauf. Jeweils 3,02 Meter. Kommen an Ostern auf den Tisch drauf. Ist die Deko schon fast abgeschlossen. Na vor allem. Dann habe ich mir eine von diesen Ostergeländen mitgenommen zum selber basteln für 99 Cent. Ich glaube aber nicht, dass daraus die Ostergelände werden wird, sondern da würden wahrscheinlich die Tischkärtchen... Ich schaue ganz kurz mal rein. Also das mache ich jetzt nicht bei jedem Atelier. Ja. Also da sind diese kleine Osterhäschen in verschiedenen Farben, Ausführungen drin und wahrscheinlich werden das die Tischkärtchen. Das jetzt vielleicht halblich nicht unbedingt zu den Tischläufern, aber da kann man das ja noch so machen, dass es dazu passt. Dann habe ich mitgenommen, ich glaube das war in der Aktion, ein Happy Easter Stamping Kit. Und zwar sind das acht so kleine Eier und irgendein Heftchen dazu und das sind Stempel. Also die Eier sind Stempel und ich habe es eigentlich nur mitgenommen, weil die Eier Stempel sind. Also weil mir die Stempel-Motive so süß gefallen hat. Diese kleinen Häschen und das kleine Schäfchen und das kleine Küken. Joa. Wollen wir da mal reinschauen? Komm, wir schauen mal schnell rein. Wie viel kostet? 1,49 Euro. 1,49 Euro. Raschel, raschel. Ach ne, wie süß. Was da oben? Machen wir uns mal ins raus. Und so ein kleines Heft. Ach, nur ein Heftchen. Ein leeres Heftchen. Habt mal irgendwas. Benutzen wir jetzt gleich mal. Lass mal den Häschen und holen wir dann's dann. Und jetzt probieren wir das mal aus. Joa. Darf wahrscheinlich mein kleiner Neffe, der wird jetzt bei drei, darf er dann an Ostern schön Stempel. Also. 1,49 Euro. Wie schon gesagt, macht man fast nix falsch. Das war das. Dann habe ich mitgenommen Skins. Davon hatte ich schon mal welche. Und zwar ist das so selbstklebender Stoff mit immer, also hier seht ihr immer was für eine Version drin ist. Gibt's diese verschiedenen Muster. Ich hatte mir damals schon das Zebra und die Giraffe hatte ich mir schon mitgenommen. Ähm. Und zwar möchte ich da so Fühlbücher für Kinder machen. Also die dann fühlen können, was es ist. Es ist selbstklebend, wie schon gesagt. Sind zwei Stück drin. Ja, ob ich da jetzt unbedingt mir einen Bilderrahmen damit verzieren müsste, das weiß ich jetzt nicht. Aber so, also für Kinderbücher zum selber gestalten oder so, ist das eigentlich immer ganz schön, weil sie halt fühlen. Kostet 1,78 Cent. Wie schon gesagt, sind zwei Sheets drin. Zwei Blätter jeweils drin. Habe ich jetzt einmal in Orange und einmal in diesem Hellblau mitgenommen. Dann habe ich mir nochmal diese Stoff Fabric Stagger Sheets mitgenommen. Nur dieses eine, nur diese eine Version. Da sind diese Motive drin. Ich weiß nicht, warum meine Kamera heute nicht richtig oder mein Handy heute nicht richtig fokussiert. Ist aber halt so. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also mitgenommen habe ich es eigentlich wegen diesem Sonne, Mond und Sterne. Muss ich jetzt mal gucken. Ja. Bastler eben, ne? Dann hatte ich heute das Glück, die letzten beiden. Das waren wirklich die allerletzten beiden Päckchen von diesen Stanzschablonen. Und zwar Sterne und Herzen. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß wohl, ich habe schon in mehreren Hauls gesehen, was es da noch alles gab. Bin aber ganz froh, dass ich die beiden jetzt noch bekommen habe. Prinzipiell sage ich jetzt mal, ich habe ja die Cameo und von dem her, ja wenn man mal schnell was durchkurbelt, dann sind die ganz sinnvoll. Aber es reicht dann auch, wenn ich die Sterne und die Herzen habe. Ich glaube, das ist auch so das, was man am öftesten braucht. Also wo man sagt, okay, das kurbelt ich jetzt schnell mal durch die, durch die Maschine und schmeiß nicht die Cameo an. Ja, bin ich ganz froh. Einmal zwei, also ein Päckchen 2,84 Euro. Ist jetzt nicht allergünstig. Das kriege ich bei Ebay China oder bei AliExpress genauso teuer oder günstig. Aber die beiden war ich ganz froh, dass ich die bekommen habe und habe sie dann auch mitgenommen. Dann habe ich gekauft, einmal Mama schreibt. Mama ist zur Zeit nicht so gesund, also schon fast ein bisschen untertrieben. Auf jeden Fall hat Mama ziemlich viel Zeit momentan und ja, schenke ich ihr jetzt nicht erst zum Muttertag, sondern die nächsten Tage. Und dann wäre ich ganz froh, würde ich mich ganz freuen, wenn sie da wirklich reinschreibt, was eben so abgefragt wird, wie schon gesagt. Also da, ja, Mama schreibt. Hoffentlich schreibt Mama noch da rein. Und dann, kennt ihr ja auch alle, habt ihr in anderen Hals bestimmt auch schon gesehen. Dann habe ich einmal hier noch diesen Schimmereffekt. Können wir jetzt sehen, wie schön geschummert. Genau, diesen Pearl, dieses Pearl Paper mitgenommen. 16 mal A4, 120 Gramm pro Quadratmeter, 79 Cent. Kennen die wahrscheinlich auch schon alle. Dann habe ich mir einen 3D-Stanzblock mitgenommen. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Es sind eigentlich zum Kartenbasteln ganz schön, weil es ziemlich einfach ist. Das einzige, was nervt, ist immer die Bubbel außen abschneiden noch. Also ich mag das nicht, wenn ich es rausdrücke und dann sind diese weißen vom Rausdrücken eben diese weißen Futzeln noch dran. Das heißt, da muss man dann mit der Schere nochmal bei. Ähm, zeige ich euch bloß mal ganz schnell. Habe ich schon ganz viele. Den fand ich jetzt ganz schön, weil mal viele Sprüche oder viele Texte mit dabei sind. Ja. Also manchmal haben sie ja welche, die sind schrecklich fürchterlich, aber der war ganz schön. Hat gekostet, Entschuldigung, 1,89 Euro. Dann habe ich für die Kleine, die Kleine, die jetzt dieses Jahr 18 wird, also für meine Stieftochthea, habe ich das Handblattringbuch mitgenommen. Das wandert zu ihr ins Osterkörbchen. Die macht das ganz gerne. Die ist da auch begabt. Ich kann das ja überhaupt nicht. Vielleicht hätte ich es mehr kaufen sollen, damit ich es lerne. Aber, hm. Auf jeden Fall kriegt sie das ins Osterkörbchen. Jetzt ist ein Zug vorbeigefahren. Hat gehobt. Hm. Genau. Kennt ihr ja auch alle. Findet ihr auch die ganze Welt mittlerweile. Cool. Dann habe ich mitgenommen, super spannend, 4x Cardstock. Also nein, das sind Karten mit Umschlägen. Gleich fertig. 65 Cent. 8 Stück sind jeweils drin. Also 8x Karten und 8x Umschläge. Habe ich gebraucht, hatte ich gar keine mehr. Das gleiche habe ich dann nochmal mitgenommen in 13x13. Auch 8 Stück. Haben gekostet 59 Cent. Warum die jetzt 6 Cent günstiger sind, weiß nur der liebe Gott allein wahrscheinlich. Joa. Habe ich nur 2 Stück mitgenommen. Habe ich auch keine mehr. Habe ich auch dringend gebraucht. Bastel hat zur Zeit unglaublich viele Karten. Dann hatten sie, ich habe mich gewundert, weil ich glaube ja wirklich. Moment, ich muss mal ganz kurz. Ich glaube ja wirklich, dass unser Action, also ich muss ja für den Action so immer um die 50 Kilometer fahren. Einfach. Ich verbinde das dann immer, um in der Tschechei Zigaretten zu holen. Ich glaube, dass unser Action so der Ramsch-Action ist. Also wo so alles, erstens kommt es alles 5 Wochen später an. Also wenn man es irgendwo in einem Hall sieht oder so, braucht man überhaupt nicht denken, dass man losfahren muss und kriegt es dann auch. Ähm, ja. Aber habe ich mich heute sehr gewundert, dass ich noch diese 3 Päckchen von diesen Ledersheets, also von diesem Kunstleder, das ist ja kein Papier, Kunstlederfetzen bekommen habe. Also wie schon gesagt, diese 3 habe ich noch bekommen. 1,09 Euro. Jeweils. Finde ich ganz cool. Fett ist mir auch schon so zu eingefallen. Äh, zeige ich euch, wenn ich fertig bin. Dann, oh wella. Dann habe ich gebraucht ganz normalen Cardstock. Habe ich natürlich erst zu Hause gesehen, dass der Metallic ist und dass er strukturiert ist. Aber von hinten müsste es funktionieren. Ist er zwar auch metallisch, aber schauen wir, was daraus wird. 4 Stück habe ich mir mitgenommen, hatte ich auch gar keinen mehr. Eigentlich hätte ich gerne nur Weißen, ganz normalen Weißen gehabt. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Äh, 85 Cent. Wie schon gesagt, 4 Stück. Dann habe ich auch noch das Osternest vom Kind so eine Box mitgenommen. Handlettering Drawing Set. Da sind wohl drin 6 Brushpans in Schwarz, Rosa, Blau, Grün, Rot und Gelb. Ein Twin Mager. Da schätze ich mal, dass es ein ganz normaler Schwarzer ist. Und ein Bleistift. Hat gekostet 1,79 Euro. Ich finde die Box ganz schön. Also vielleicht gefällt sie ihr. Ja, die ist hier super abgegriffen schon ein bisschen. Und hier hat sie die Kratzer. Ähm, ja, aber ansonsten ist die ganz süß. Kommt mit ins Osternetz. Osternetz? Ins Osternest. Dann habe ich bekommen, da leider auch nicht das, was ich haben wollte. Von diesen Papierblöcken, ähm, hätte ich gerne den weißen gehabt. Ich sehe jetzt erst, dass das nicht diese Mixed Media Blöcke sind, aber ist ja wurscht. Und zwar, ähm, außen braun und innen dann eher so, eher so orange. Was ist denn das? Normales braunes Papier, dann hier so Gold. Dann, das ist so embossed, also geprägt mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und mitgenommen habe ich es eigentlich deswegen. Es sieht jetzt in der Kamera, ähm, eher Gold aus oder dreckig aus. Ist aber eher so wie so ein Rose Gold. Ja. Hm. Und dann noch dieses. Habe ich zweimal mitgenommen. Hat gekostet, haben gekostet. 94 Cent. Einer. Dann habe ich mitgenommen, das habe ich mal in irgendeinem Haul gesehen. Und ich weiß nicht mehr bei wem. Ich denke vielleicht bei Very Important. Denke ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ist aber auch schon ewig her. Ähm, und zwar sind das schwarze Luftballons. Und die haben wohl so einen weißen Marker mit drin. Mit solchen Stäben und so Randbümbeldinger. Und die finde ich ganz cool. Also sind 20 schwarze Ballons. Mit Stäbchen und diesem Schnippel eben. Diesem Schnippelhalter. Und dazu einen weißen Stift. Und anscheinend ist da auch noch so eine Rolle, ja, Schleifenband mit dran. Ja. Fand ich ganz cool. Kann man sich mal selber gestalten. Haben gekostet 1,64 Euro. Ist nicht so teuer. Weil wenn der Stift was taut, kann man den ja auch für andere Sachen benutzen. Fand ich ganz cool. Dann habe ich mir noch mitgenommen, noch einmal. Den hatte ich glaube ich letztes Jahr schon mal gekauft. Hier steht schon alles weg, weil es wieder der vorletzte war. Und jeder ruscht an dem Zeug dran rum. Finde ich ein bisschen eklig. Aber mein Gott. Und zwar sind das so Papiere. Moment. Sind das so Papiere, die vorgestanzt sind. Und dann kann man sich Umschläge draus machen. Eben wie halt das Design hergibt. Oder wie halt die Stanzung vorgibt. Ist ganz cool. Ja, die Farben. Das finde ich von den Farben her mega. Das finde ich richtig cool. Ja, die Pfeile sind ganz schön. Sind ein bisschen foliert mit. Pünktchen mag ich nicht. Pünktchen mochte ich noch nie. Blümchen sind ganz süß. Da ist auch nochmal foliert und nicht foliert. Ist ja immer einmal foliert und nicht foliert. Herzchen. Da war es dann jetzt passiert. Speicher voll. Herzlichen Glückwunsch. Also wie schon gesagt. Hier. Ähm. Weiß ich jetzt nicht wie viel ihr gesehen habt. Hat gekostet 1,97 Euro. Ähm. Zum selber machen von Umschlägen. Dankeschön. Dann habe ich gefunden. Fotocoloring Flower und Food Ausmalbilder. Und zwar sind es eigentlich nur schwarz-weiße Fotos, die man dann nachträglich hier mit Buntstiften oder mit was für Stiften auch immer noch kolorieren kann oder soll. Ich fand die aber auch in schwarz-weiß schon ziemlich cool. Ähm. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich drin rumschmieren muss. Und ob das dann auch überhaupt so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Also einmal hier mit Blumen. Wenn es überhaupt welche waren. Hier ist ganz schön. Also wie schon gesagt, die sind alle schwarz-weiß. Und dann soll man sich die eben selber noch anmachen. Das hier ist aber ganz schön. Joa. Einmal das und einmal mit Food. Nudeln. Ah. Ich habe gar nicht gesehen. Keine Handtotte. Pizza. Hier. Gemüse und Obst. Donuts. Und lecker. Tomaten. Das sieht ja dann bestimmt auch mal cool aus, wenn man das alles so schwarz-weiß lässt und dann nur eine Tomate rot macht. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Nochmal Obst und Gemüse. Hier. Trauben. Bananen. Erdbeeren. Bla bla. Also das ist ja Wurscht hier. Brombeeren. Kaffee, Pott. Mais. Ganz süß. Haben 4,90 Cent eins gekostet. Dann habe ich einmal Sticker mitgenommen für 95 Cent. Das sind diese 3D-Sticker. Kennt ihr auch alle. Ich habe jetzt noch einmal die mit den Kakteen mitgenommen. Ich glaube, ich habe schon die mit den Kakteen. Aber ich muss ein Mini-Album machen für eine Freundin. Für eine ganz liebe Freundin natürlich. Und da werden die auf jeden Fall mit aufgebraucht. Gut. Meitere. Dann habe ich nochmal Blümchen mitgenommen. Nur diese beiden. 79 Cent. 12 Stück. Einmal in so rot-rosa Tönen. Glitzern auch schön. Und einmal hier in weiß und grün. Glitzern auch ganz schön. Wie schon gesagt, 79 Cent. Dann habe ich mir noch mitgenommen. Einmal Wilhelmina Soft Minz. Das sind wohl irgendwelche Pfefferminz Bonbons. Ich glaube, ich kenne die von früher noch. Und die gab es mal in kleiner. Also so groß wie die hier waren. Und die waren rosa und weiß. Ich weiß nicht, ob sich da jemand von euch dran erinnert. Wollte ich mal ausprobieren, ob die noch so schmecken wie früher. Ob es überhaupt die sind. Ansonsten schenke ich sie einfach mal im Shuttle. Weil der ist so Sachen manchmal ganz gern. Dann habe ich mir mitgenommen. Oh. Jetzt kommen wir langsam auf den Boden der Tasche. Jetzt muss ich mich immer weiter runter bekümmen. Habe ich mir mitgenommen. Diese Perlen Box. Und zwar sind das alles so. Ich weiß gar nicht, ob die Rokal Perlen heißen. In die so groß sind. Sind drin diese Farben. Sind 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 verschiedene Farben. Die anderen die es noch gab. Die haben jetzt nicht so gut gefallen. Aber die fand ich ganz hübsch. Haben gekostet 3,59 Euro. Und ich finde eigentlich schon diese Aufbewahrungsbox ganz süß. Mit diesem hier Schubs Verschluss. Schub. Fand ich ganz cool. Also wie schon gesagt. Nur diese eine Sorte. Ich nehme das mal aus dem Bett. Dann habe ich mir mitgenommen. Solche Haar. Ich weiß gar nicht was das da sein. Haar Clips Haarspangen. Und zwar habe ich da mal bei der Janine von dem Kanal Liebesfuchs gesehen. Die hat so Wobbler Karten gemacht. Hat sie sie glaube ich genannt. Und die hatte solche. Ich mach das jetzt mal auf. Die hatte eben diese. Also so Spangen. Die sind jetzt zwar ein bisschen kleiner. Aber wenn man diese Kuchel da oben runter macht. Dann müsste das ja auch. Das ist ja nichts anderes eigentlich. Also ob die dann vielleicht so. Naja. Vielleicht wobbeln die auch nicht. Okay. Ich habe jetzt keine langen Haare. Aber dann kriegt ihr eben das Kind mit ins Osternetz. Wenn es nicht funktioniert. Haben gekostet 1,49 Euro. Ich habe gedacht ich probiere es mal aus. Wenn es funktioniert lasse ich euch daran teilhaben. Wenn es nicht funktioniert. Dann nicht. Dann habe ich noch mitgenommen diese Mirror Sticker. Spiegel Sticker. 62 Cent. Ein Sheet. Da gibt es verschiedene. Ich habe nicht alle mitgenommen die es gab. Nur die hier. Weil ich die mit den Schriften ganz schön fand. Vielleicht kann man das auch eingießen. Die Katze mit der Maus ist ganz süß. Da hätte ich mich gefreut wenn es nicht unbedingt in Pink gewesen wäre. Einmal die. Einmal die. Einmal die. Einmal die. Einmal die. Girl Boss. Ja ja. Dann nochmal die. Und die. Der Haar ist ganz süß. Ja. Wie schon gesagt. 62 Cent. Habe ich fünfmal mitgenommen. Dann habe ich. Bei. Der. Wildrose. 1900. 76. 72. 76. Oh Gott. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Ich glaube 76. Habe ich gesehen dass die. Masken. Sich gekauft hat. Und die fand es ja wohl ganz cool. Und. Dann habe ich gedacht. Für. 59 Cent. Kannst du die Maus haben. Ausprobieren. Ich bin jetzt nicht so. Der mega. Ähm. Beauty. Wellness. Sonst was Typ. Aber. Vielleicht knalle ich mich heute Abend mal in die Badewanne. Bis mein Männchen von der Arbeit nach Hause kommt. Und dann schmiert mir so ein Panda ins Gesicht. Und dann. Freue dass ich. Ich bin ja. Mich sieht. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Dann noch was ultra spannendes. 85 Cent. Ein Päckchen. Solche. Karten. Aufbewahrung. Polster. Folien. Dinger. Ey Leute. Es tut mir echt leid. Aber ich bin heute so müde. Ich bin heute so krocki. Bei uns. Ist heute so diesig draußen. Das ist ja bisher auch das Licht so geschissen. Ähm. Aber ich bin so müde heute. Vielleicht hätt ich's morgen erst filmen sollen. Vielleicht lad ich's auch gar nicht hoch. Und film's morgen nochmal. Keine Ahnung. Tut mir leider nicht. Ein bisschen gelangweilt. Oder ein bisschen. Hm. Wie auch immer. Vorkommen euch. Auf jeden Fall. 1x13x13. Da hatte ich noch zwei Päckchen. Und dreimal A6. Da hatte ich keine mehr. Oder nur noch. Also ein angefangenes Päckchen. Deshalb durfte ich hier mit. 85 Cent. Dann. Ähm. Habe ich noch mitgenommen. Diese Pearl Pains. 3D Pearl Pains. Für 95 Cent. Drei Stück. Da habe ich unten im Keller. Also ich habe ja. Ach. Das wisst ihr ja noch nicht. Ich habe ja hier oben in meinem Büro. Oder in unserem gemeinsamen Büro. Habe ich meinen Papierarbeitsplatz. Also meinen Papierbastelplatz. Nicht Arbeitsplatz. Passt. Bastelplatz. Und im Keller habe ich noch ein Bastelzimmer. Das. Ich sag mal. Das ist so. Das grobe Lager. Und da unten mache ich dann alles. Was mit Harz zu tun hat. Und was halt alles schmutzig. Also wo ich halt viel Schmutz machen kann. Das mache ich da unten. Ähm. Vielleicht zeige ich es euch mal. Auf jeden Fall liebe ich diese 3D Pearl Pains. Zum. Äh. Einfärben von Resin. Also ich. Mische da wirklich. Super gern. Die ins Harz rein. Weil die wirklich so einen. So einen ganz feinen Schimmer noch abgeben. Und die Farben. Habe ich gedacht. Dass ich die noch nicht habe. Bei dem Blau bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber dieses dunkle Grün. Weiß ich sicher. Dass ich es noch. Dass ich noch nicht habe. Und deshalb dürften die mit. Gucken wir mal die Sekt. Dann habe ich mir. Opa. Oh. Moment. Ich bin gleich da. Oh. Ja. Hier. Dann habe ich mir mitgenommen. Zweimal 40 LED. Ähm. Lichterketten. Da müssen noch Batterien rein. Dreimal Doppel A. Einmal in bunt. Und einmal in weiß. Wofür. Kann ich euch noch nicht sagen. Komm mit im Keller. Da haben wir überhaupt ganz viele Lichterketten. 1,85 Euro jeweils. Fand ich ganz cool. Dürfen mit. Dann habe ich. Moment. Oh. Ich muss das mal anders liegen. Halt mal. Halt mal. So. Dann habe ich meine Lieblingsschwester. Also meine. Das darf ich wieder nicht sagen. Weil wenn es die andere Schwester sieht, dann denkt sie. Ich will auch meine Lieblingsschwester sein. Dann habe ich meine mittleren Schwester zweimal hier Garen mitgenommen. in so Glitzerfarben. Einmal in Silber und einmal in Hellblau. Für 99 Cent. 50 Gramm. 130 Meter. Die häkelt ganz toll. Und ich kann ja mit irgendeinem. Alles was mit Nadeln zu tun hat, kann ich überhaupt nicht umgehen. Deshalb kriege ich die das ins Osternest gepackt. Moment. Dann habe ich Washi-Tape gekauft. Moment. Da hole ich mir jetzt mal. Ich habe drei Stücke gekauft. Ich muss hier mal. Und zwar habe ich nur diese drei gekauft. Das sind so Craft-Tapes. Das ist also ein Kraftpapier. Einmal hier diese silberne. XOXO. Dann wink wink. Also diese Zwinker-Dinger muss jetzt kein Mensch haben unbedingt. Und einmal so gestreift. Dann habe ich mitgenommen das hier. Gleich hier nochmal in rosa. Ne, nicht das gleiche. Aber halt auch Craftpapier mit Streifen. With love. Und naja, ob es Punkte sind, lässt sich jetzt darüber streiten. Und einmal hier in Kraft und Gold mit Herzchen. Sparkle mit kleinen Sternchen drauf. Und nochmal so hier. Was ist denn das? Streifen in anderer Form. 79 Cent. Drei Stück. Also drei Rollen. Drei Rollen. Eine Verpackungseinheit. 79 Cent. Und davon habe ich drei Stück in verschiedenen Ausführungen. Dann habe ich... Oh, ich komme echt mit mir runter. Dann habe ich hier so ein kleines Täschchen mitgenommen für 65 Cent. Da soll man Kopfhörer reinpacken. Kann man hier reinpacken oder noch was anderes dazu. Ich werde es verschicken. Ich habe nämlich jemanden, der eine kleine Ü-Post von mir bekommt. Und da kommt... Also die Ü-Post, liebe... Die Ü-Post, die ich dir schicken möchte, passt tatsächlich in dieses riesengroße kleine Täschchen. Mehr gibt es nicht. Aber ich habe es gekauft. Habe es gesehen. Musste an dich denken. Deshalb bekommst du das. Oh Gott. Dann habe ich diese Sticker gekauft. Die habe ich... Das habe ich eigentlich jetzt zum ersten Mal gesehen. Das sind Bottle Labels. Das heißen die wohl. Und zwar soll man die auf Weinflaschen draufkleben können. Also das sind so... Mach mal eins auf. So Aufkleber. Aufkleber. Habe ich noch nie vorher gesehen. Ja. Sind einfach nur so Aufkleber. Tatsächlich. Und die sind aber auch so foliert. Also ich finde die eigentlich ganz cool. Und das muss ja kein Mensch auf die... Auf die Weinflaschen draufkleben. Kann man ja überall drauflegen. Ich finde die eigentlich ganz cool. Jetzt ärgere ich mich gerade im Nachhinein, dass ich davon noch nicht noch 1000 Stück mehr mitgenommen habe. Weil wenn ihr den Preis seht... Ähm... Flippt er aus. Das sind wohl immer... Fünf Stück. Okay, wie viel fünf Stück? Okay. Das ist jetzt nicht so... Ja... Ja, ich finde es jetzt nicht zu teuer. Oh, schaut mal. Da hat man gleich nochmal hinten drauf. So... Kann man ja auch nochmal verwenden. Ist ja auch ein schönes Hintergrundpapier. Thank you. Have a sparkling day. Das ist ja witzig. Das wäre für eine Sektflasche wahrscheinlich. Just married. Luck, love. Happiness. Happy birthday. Und with love. Das sind die hier. Hier habe ich zweimal mitgenommen. Dann... Die mache ich jetzt nicht auf. Das seht ihr ja hier draußen, was drauf ist. Einmal thank you. Happy birthday. Cheers. Congrats. Und let's toast. Die sind auch ganz schön. Die sind so golden. Finde ich cool. Hier habe ich auch zweimal mitgenommen. Und den gab es nur noch einmal. Deshalb habe ich ihn nur einmal mitgenommen. Da steht drauf. Cheers. Thank you. Happy birthday. Special winner. Winery for you. Cheers. Nicht winner. Und... Congratulations. Und zwar haben da fünf Stück gekostet. 32 Cent. Irgendwo habe ich es draufgeschrieben. 32 Cent. Fand ich mega cool. Ähm... Habe ich vorher noch nicht gesehen. Fand ich ziemlich cool. Die durften noch mit. Und jetzt sind wir auch im Menschen-Tage. Ich werde dich fast euch noch gezeigt haben. Und dann habe ich noch mitgenommen diese Honeycomb with Labels. Also... Äh... Honigwaben mit... Labels. Und zwar sind das... Einfach nur so für ans Geschenk zum Rand ramseln. temeln... Bumblen... So kleine... hm... �brödelte. Genau. Hier... So sind die nicht süß. Die kann man dann so... Und dann klebt man die halt hier zusammen. Mit diesen selbstklebenden Teilen. Blah, blah, blah. Blum, blum. Zugeklebt. An's Geschenk dran. Hier draufgeschrieben. Happy birthday to you. Marmelade im Schuh. Und dann hängt man die an das Geschenk mit ran oder man macht andere Sachen damit. Man kann es ja auch so zum Beispiel kleben oder eben auch nicht. Ja, fände ich ganz süß. Haben gekostet 56 Cent und ich glaube es sind immer sechs Stück drin. Ja, richtig. Da habe ich einmal die hier mitgenommen. Das hätten auch Herzen sein können, könnten aber auch Erdbeeren sein, weiß kein Mensch. Dann einmal sechs Stück von diesen Vierecken, also von diesen Rauten. Sechs mal die hier. Und dann einmal in rosa diese ganz normalen Runden. So. Leute. Ach nee, ein was habe ich noch mitgenommen. Das habe ich schon weggepackt. Kriegt mein Schatzl heute Abend. Doplarone XXL. 200 Gramm. Mampft er in einem Schlag weg, dass der auch was bekommt. Dass er milde gestimmt ist, dass ich mal wieder eine Menge Geld im Action gelassen habe. Joa. Ähm. Ich würde euch ja die Sachen vom Teddy gerne noch zeigen, aber ich habe keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch. Das heißt, ich räume den ganzen Schlawons jetzt auf. Mach hier einen Cut und dann gibt es halt einfach ein zweites Video mit den ganzen Teddy Sachen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.